Ah, die letzten vier Jahre, weil es war immer eine tolle Veranstaltung mit tollen Kunden, mit tollen Partnern und sehr viel Stimmung am Abend und einfach das Sportliche dabei, richtig klasse. Das, wenn die ganze Branche hier trifft. Wir brauchen eigentlich gar nicht dazu zu sagen. Also heute natürlich das Eistockschießen, wie immer, diese Mini-Miniaturausgaben beim Sportlichen, aber eigentlich auch von Anfang an die Hilfsbereitschaft. Ich habe einen Stand hier, dass sofort Christian Klemann mir wieder geholfen hat, noch ein Kabel zu finden, das ich zu Hause vergessen hatte. Also man ist halt hier in der Familie und das ist das, was immer schön ist. Allen, die in dem Umfeld hier zu tun haben, und ich habe auch jemanden mitgebracht dieses Jahr, einen zum Beispiel, der im Bereich der Investoren unterwegs ist und der sich einfach mal umgucken möchte und der findet es, glaube ich, auch ganz gut bisher.